300 Millionen Menschen in Indien leben in tiefster Armut. Frauen sind davon besonders betroffen. Regisseur Gernot Lercher blickt hinter die Kulissen der indischen Gesellschaft. Auch dorthin, wo Gewalt und Unterdrückung noch immer den Alltag von Mädchen und Frauen bestimmen. Die berührende Dokumentation zeigt, wie Geld aus der Sternsinger-Aktion den Ärmsten im Land Hoffnung gibt und ein Leben in Würde ermöglicht. Hilfe unter gutem Stern. Gerechtigkeit und Schutz für Indiens Frauen. Am 1. Jänner um 17.05 Uhr in ORF 2.